Musik Man weiß ganz genau, dass im Amateurbereich Sponsoren alleine zu finden, unheimlich schwer ist. Und deswegen hatte unser Vorstand bei dem Wettbewerb mitgemacht, sich hier, sag ich mal, beworben. Wir freuen uns natürlich auf jeden Fall, dass Admiralda uns die Chance gegeben hat und uns eben dementsprechend auch zum Ende hin ausgewählt hat. Gut, dass man das macht. Vor allem so die kleinen Vereine brauchen ja immer Spenden und neue Trikots sind immer schön. Liegt locker, sieht gut aus und ich freue mich schon, als erstes Spiel darin bestreiten zu können. Das Trikot ist wunderschön. Also ich bin echt sprachlos. Ich habe es noch nicht gesehen davor. Ich habe es noch nicht gesehen.